So Leute, neuer Part. Ich habe ja gesagt, ich leite hier nochmal. Ich muss einmal Spiele geben zum Hochballern. Ich glaube, ich muss mal kurz hier liegen, ich muss mal kurz nach vorne buchen. Oh, oh, oh... Oops, Backpack. now... Wie gesagt Leute, überall die ganze Zeit am Buchen. Jetzt hier auch, nicht ob ihr denkt, ich erzähle euch München. Hat gewonnen, das ist aber soweit. Ich laute immer überall 30€ auf. Ich spiele dann so mit 60 Cent irgendwie. Aber Spiele kommen zwar, aber kommt nix rein Leute. Machen wir mal gucken. Da muss noch ein bisschen was hin in die Kraft. Da muss noch ein bisschen was laden man. Der Schmalz liegt hier, meine Güte. Hier. Das Geld ist ja eh. Nimm einfach. 1,030€. Alles gut. Nimm. Da muss noch was ändern. Das ist ja der Schmalz. Ist nicht drin, Alter. Guck mal, mal rein. Was bist du da wieder am saufen? Verschmutzte Cola-Leiter oder was? Mann, Mann, Mann. Komm, Junge. Geh einmal rein. Naja, die Sau sagt, ne, ich wach die auf einmal spiele, um mal hochzudrücken oder was. Macht zum Verrecken nicht auf, die Sau. Aber egal, ich komm noch rein, auch wenn ich hier noch 5 Stunden vorsitze. Das sieht schon wieder ganz schmutzig nach Nachladen aus. Aber so ist es nicht so. Ja, komm, was sagst du dazu? Ist der jetzt 450 verknüppelt? Überall mal ein paar Spielchen gehabt, aber... Aber keine Ausrutschen, ne? Ne, immer nur so 60, 70, 60, so... Karn halt, ne? Du kriegst zwar Spiele, aber kein Geld. So, Leute, machen wir mal Excalibur. Schauen wir mal, ob hier was drin ist. Man könnte ja eigentlich mal auf irgendein Spiel mal 100er locker machen oder was, ne? Ein bisschen Spielgeld oder so, ne? Ich hab gar nix, du. Ich hab schon ein bisschen... Ich hab schon ein bisschen unter der Haut, ne? Ach... Ja, nee, das... Einfach nur mit dem Buchen, das hat halt zu tun, ne? Sonst... Irgendeinem Spielen oder Geld interessiert mich nicht. Aber könnte ja nix. Langweilig dann. Schwein... Alter... Na, oh ja... Das ist schon schmutzig, du. Ja, das ist ne Schmutztablette. Ich muss auch noch einen Sack haben, der wird bereit. Ja, ist auch zum Kotzen, ehrlich. Ja, natürlich. Aber du müsstest eigentlich Personal machen, ne? Du bist so bezahlt, ne? Ja, das ist auch so. Ah ja? Scheiße. Jetzt ist Sau, ey. Geht da wenigst rein, ey. 4,63, ja? Kommt der doch. Genau, dann immer nachdrehen. Ich glaub, wenn der nochmal zwei Schwerterzeug geht, dann rein. So, wie sieht das denn aus hier? Geht's nicht weiter. Geht's nicht weiter, Manni. Das ist nicht verbar. Was soll die Würze machen, Mann? Das ist Geld rein, buchen und zugucken. Jetzt... Äh... Das ist ja Puggerägele, Manni. Schwer. Oh, mix the mix. Ich kann's nur Kicker. Geht's nicht weiter. Pfff. Mal schauen. Vielleicht läuft der Saukeller noch rein. Meinst du? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Du musst das nehmen, wie es ist hier. Deswegen, liebe Abonnentin, bleibt mit dem Arsch zu Hause. Ich bin ja weg vom Spiel. So sieht's aus. Ja, ist der beste Beispiel. Siehst du ja. Leider wird das gar nichts. Tot wie eine Maus. Die Cola kann wieder nicht ausgesoffen? Dahinten? Ja. Nö. Hast du dir eingesüppelt und mir entstehngerassen, mach? Ja, ja, klar. Wenn ich hier von mir solche coolen hätte, dann würde auch gar nicht mehr das machen. Soll die Schnauze halten, ich bezahl die Cola doch, Mann. Das meinst, ne? Ja, ja, meine steht da hinten. Ja, das sieht wieder nach dem neuen Buchen aus hier. Oh. So, Leute, ich muss an die nächste Kiste. Das ist mir ein Fisch und Frenzy. Das sieht nicht gut aus, was geht denn ab hier? Vielleicht machen wir ein paar Spielchen oder was? Keine Möglichkeit. Das sind zwei Boote hier. Mal schnell die Lockung kurz dahin. Wo dahinten beim Novo oder was? Eine Buchungspause? Ja, vielleicht kommen wir zum Laufgang. Ist doch bitter. Scheiße. Gar nichts. Mause. So. Es geht jetzt weiter, Leute. Warte. Alles. Du siehst du doch. So ist dein Leben, Mann. Was finde ich denn her? Komm. Schauen wir mal, was die Sohne macht. Das geht das Schweinchen ja nochmal rein. Ich lasse dir jetzt mal alle Nullen, dann fange ich nochmal an. Ja? Ja, ja. Und gleich in solchen Kästen? So. Seht, du hast schon ein Hunderter gefressen. Dann gehe ich mich in die Hölle, ne? Ja, logisch, Alter. Wer mich kennt, der weiß das doch. Ja, nie mit. Da gibt es keine... Da gibt es kein langes Gequatsch. Bist du schon frittiert? Bist du frittiert? Der Popcorn entfüllt einen Käse dann manchmal, ey. Auch Buchungspausen? Nein. Buchungspausen, ne? Na ja, war klar. Ich wünsche dir am Freitagabend, Frau Schmidt. Der Abend ist noch nicht... Der Abend ist noch gar nicht vorbei, Mann. Wir haben ja noch nicht mal Abend. Du musst halt immer mal lockerer sehen. Ihr habt immer eine halbe Herzinfarkte. Ich weiß gar nicht wofür. Ich weiß gar nicht wofür. Alter Saug, ja. Kannst du mir das mal erzählen? Du darfst die Lockerheit nicht verlieren, Mann. So, so, so. Was ist denn hier los? Wo sind denn die Wappen hier, mein Freund? Auf jeden Fall gleich eine Runde zocken. Spiele zum Hochdrücken. Ja? Ja, ja. Aber wenn die so nichts machen, vielleicht machen die was mit Hochdrücken. Ich weiß es nicht. Sie sehen ja mausetot aus hier. Toter als Kissen aus dem Museum. Ich habe jetzt noch mal eine Runde. Ich habe das noch mal an. Ich habe das noch mal an. Ich habe das noch mal an. Das ist nicht normal, du. Das ist ein bisschen für ein Einspiel, dieses Key of the Night. Ja, komm, früher ja jetzt. Das hat doch einen Sinn gehabt, wollte ich gerade sagen, aber jetzt ist nichts mehr. Du musst ja alles von selber, von Grund auf selber aufbauen. Vorher hast du ja noch ein bisschen Hoffnung gehabt, damit standen die ja dementsprechend gut. Aber jetzt ist der Mause. Das tut sich auch schwer mit Wappenzeigen hier. Das ist meistens so eine Kiste, wenn er dann ein-, zweimal Wappen zeigt, dann geht er direkt rein. Wenn er sich so schwer tut. Ja, ja, schon oft gehabt. Viele hören ja dann auf, das zu spielen. Und sagen, nein, der gibt nicht, der zeigt nicht. Aber dann spiel ich das eigentlich lieber sogar. So, hier haben wir auch abgezockt. Gucken wir mal rüber, gucken wir mal, was da bisher drüben gebucht ist. Wie sieht das denn hier aus, so ein Kerl? Ach, die Scheiße. Wie sieht das denn da aus? Ach, du Kacke, ach, ey. Na komm, ey, was soll das? Spaß? Na, durchgefallen, das Schwein. Wir müssen mal gleich einen neuen Part machen, Leute. Da geht noch einmal rein, die Sau. Die rote Balken. Ja, die rote Balken. Ja, ja, ist ja auch so. Pause nach Pause hier. Das ist das Geilste an der Sache, Pause nach Pause plus an den Geräten, wo du noch die ganze Zeit selber hockst und anbuchen bist er. Das ist schon eine bittere Kampagne. Alles bitter. Ganz bitter. So Leute, das sieht nach Feierabend aus. Like dalassen, Kommentar dalassen und Abo dalassen, Leute. Auf jeden Fall viel Spaß mit dem Video. Wir kämpfen weiter. Anderfund. Anderfund. Genau so. Ja, Leute, so. Wurde ich noch mal reingehen können hier kurz vor Schluss. Ja, der hat schon. Ja, komm. Der Bummer hat den Zeugzeug. Nein, der kann nicht, Junge. Schwer. Der kann nicht. Ich glaube, der hat ja schon am Sortieren, aber ein bisschen was. Gleich sortiert er für den nächsten Lauf. Na gut, Leute. Dann bis gleich.